Herzlich willkommen im Flip and Fly. Schön, dass du da bist. Du sollst eine unvergessliche Zeit bei uns erleben. Zu deiner eigenen Sicherheit und um andere nicht zu verletzen, ist es wichtig, die nachfolgenden Spielregeln einzuhalten. Bitte hört daher genau zu. Die Trampolinfläche darf nur mit unseren Flipsocks betreten werden. Bitte zieh diese barfuß an. Bitte leere im Vorfeld deine Taschen und lege alle spitzen Gegenstände sowie Schmuck, Piercings, Uhren, Gürtel und Schlüssel ab, um dir und anderen Springern nicht zu schaden. Dein Mund sollte leer sein. Keine Kaugummis, Bonbons oder ähnliches beim Springen. Kopfbedeckungen jeglicher Art sowie Taschen und Rucksäcke sind auf der Trampolinfläche nicht erlaubt. Trampolinspringen kann anstrengend sein. Achte darauf, ausreichend Pausen zu machen und regelmäßig zu trinken. Getränke und Speisen gehören dabei nicht in den Sprungbereich. Die Trampoline, Stuntboxen oder Umrandungen sind nicht der richtige Platz zum Sitzen oder Ausruhen. Das Klettern auf die schrägen Trampoline ist ebenfalls untersagt. Das Springen unter Einfluss von Alkohol oder Drogen ist selbstverständlich verboten. Aus Sicherheitsgründen darf man nicht zu zweit auf einem Trampolin springen, sondern immer nur alleine. Bitte beachte dabei, auf beiden Füßen gleichzeitig und in der Mitte des Trampolins zu landen. Springe nicht auf Rahmen, Abdeckungen oder Laufwege. Es kann sonst zu schweren Verletzungen und Unfällen kommen. Überschätze nicht dein Können und taste dich langsam voran. Saltos sowie Sprünge von Stuntboxen, Wänden und schrägen Trampolinen sollten nur von erfahrenen Springern gewagt werden. Beim Springen in den Airbag oder die Schaumstoffgrube ist es besonders wichtig, erst dann zu springen, wenn der Springer vor dir diesen Bereich verlassen hat. Um Verletzungen zu vermeiden, lande niemals mit dem Kopf zuerst. Lande immer im Sitzen oder auf dem Rücken, niemals rückwärts oder mit gestreckten Armen oder Beinen. Unser Power Tower hat zwei Kletterseiten, links und rechts. Auf jeder Seite darf nur eine Person zur selben Zeit hochklettern. Wenn du im Basketballbereich springst, hänge dich bitte nicht an den Korb. Die Bälle gehören nur in diesem Bereich und sind nicht zum Fußballspielen gedacht. Auf dem Battle Beam bitte keine Treffer an Hals oder Kopf. Da wir nicht alleine sind, gehen wir verantwortungs- und respektvoll mit anderen Springern um. Laufen, Rennen oder Anrempeln jeglicher Art ist daher in der gesamten Halle untersagt. Bitte beachte immer die Anweisungen des Flip-and-Fly-Teams. Solltest du Fragen haben oder unsere Hilfe benötigen, sind wir jederzeit gerne für dich da. Noch ein Hinweis, wenn du ein Schließfach nutzen möchtest, erhältst du dafür ein Armband für einmalig zwei Euro an unserer Snackbar. Die Schließfächer findest du in unseren Umkleiden am Ende des Ganges. Wir wünschen dir nun viel Spaß bei uns im Flip-and-Fly!